Am Ende bin ich nicht überrascht, ehrlich gesagt. Ganz so entspannt wie der Vorstandsvorsitzende bin ich nicht, das sage ich auch ehrlich. Am Ende ist es jetzt ein Verfahren, was beim DFB-Sportgericht liegt und die Sportsgerichtbarkeit dann auch am Ende in Urteil fällt, was in meinen Augen nur in eine Richtung gehen kann, aber ich fälle es nicht, ich bin nicht der Richter. Ganz aus persönlicher Sicht kann ich es nicht verstehen, ehrlich gesagt, dass Freiburg das macht, weil sie in den 18 Sekunden, glaube ich, jetzt nicht zwei Tore gemacht hätten oder vielleicht auch eins nicht, ich weiß es nicht. Aber am Ende finde ich es ein bisschen, ja, ich persönlich hätte es nicht gemacht, weil ich finde, dass du einen Fehler eines Dritten ausnutzt, um selber vielleicht zu Punkten zu kommen, weil der Druck der Fans oder Sponsoren so groß wird. Ich weiß nicht, ob dann im November bei der Jahreshauptversammlung du dir dann mit den Sponsoren auf die Schulter klopfen kannst, solltest du international spielen aufgrund der gewonnenen drei Punkte, die du sportlich de facto einfach nicht gewonnen hast. Ich wäre da nicht so glücklich drüber, wenn das dann der Fall wäre. Deswegen hätte ich dem Verein klar kommuniziert, dass wir nicht Einspruch einlegen. Am Ende muss es jeder selber entscheiden. Ich habe es nicht ganz so erwartet, aber es hat mich nicht überrascht. Am Ende zeigt sich dann doch immer so ein bisschen der Druck und der sportliche Wettkampf. Und dieses Bild, was man vielleicht malt, ist dann doch nicht ganz so klar gezeichnet, wie man es vielleicht vorher in der PK gesagt hat. Damit ist das Thema für mich auch beendet und kommen wir wieder zum morgigen Gegner. Und das ist das Thema für mich auch beendet und das Thema.